Yo Leute, ein herzlich willkommen zum neuen Vlog auf alles Alex. Oh, ah, oh, oh, ah, was geht? Ja, ich stehe jetzt auf, richte mich. Ich habe heute ein bisschen länger chillen können, weil ich werde gleich gefahren, weil der Mitbewohner einkaufen geht. Und ja, dann hat er gesagt, ich fahre dich und gehe danach dann einkaufen. Und ich so, alles klar, kann ich ein bisschen chillen noch. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen den Vlog von gestern geschnibbelmibbelt. Und dachte mir auch, komm, ich fange jetzt gleich einen neuen an. Gut, also, ich würde sagen, richten ist angesagt. Man kennt ihn auf Vorbereitung, damit sich ja keiner neben mich setzt, obwohl da frei ist. Die Kontrolleure sind auch wieder unterwegs, kontrolliert worden. Wurde ich jetzt schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Eine Zeit lang war es voll oft. Aber es ist auf der Hinfahrt, dann nochmal nach Esslingen und wieder zurück. Da auch einmal. Dreimal am Tag. Das haben sie nicht so gut getimt. Jetzt wurde ich nochmal auf derselben Fahrt. Ich weiß jetzt übrigens auch wieder, warum ich diese Hose früher in der Ausbildung im Winter gehasst habe. Weil die einfach gefühlt die komplette Kälte aufnimmt, dass die einfach nicht warm wird in dieser Hose. Eigentlich müsste man so eine Strumpfhose oder eine lange Hose drunterziehen. Wie nennt man das? Leggings? Nein, heißt das Leggings? Auch bei Männern? Ich weiß es nicht. Die müsste man drunterziehen, dass sie warm wird. Aber an den Beinen geht es ja meistens. Ja, mach doch genau jetzt die Säge an. Natürlich. Der Baum wird scheinbar geschmückt heute. Da vorne am Bahnhof. Das wird bestimmt sehr schön aussehen heute Abend. Ich glaube, dieses Jahr komme ich ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung als letztes. Das einzige, was ich gestern noch gemacht habe, war mein Vlog für heute zu schneiden und zu rendern. Jetzt habe ich den gerade noch hochgeladen und jetzt geht es ab auf Arbeit. Ja, gut, habe ich gesagt. Ich bin früh dran. Nein, habe ich nicht. Aber heute bin ich noch ein Stück früher als letztes Mal. Läuft auf jeden Fall. Ich beende jetzt den Vlog aber an der Stelle und fange gleich in neun an und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Freut mich. In dem Sinne, bis dahin. Fuah! Bis dahin. 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 Vielen Dank.